Moin moin und hallo Die beiden Chaoten sind wieder am Start und wir sind gerade im Untergrund Und Thomas will, wie es aussieht, den ganzen Looping machen What the fuck Tja, das wollte ich machen Oh mein Gott, wie geil sieht das denn aus? Ich geh nur mit dem Smart Kann ich da auch durchfahren? Ich versuch's mal Oh, ich muss das anpassen Go, no, oh fuck Loop, 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 du musst da durchlaufen, das ist viel besser Okay, do it again Wo, er nimmt dann einen Schwung What the fuck Ist das echt das einzige, mit dem man das machen kann, das einzige Fahrzeug? Ja, die anderen sind zu breit, du kannst ja gleich versuchen, was ich meine Okay, vielleicht der Mini noch Hab ich mitgenommen Kannst ja damit ja mal versuchen Los, da, ich schieb dich da hin, ich versuch Oho, wie leg ich hier denn hier drauf? Aber, könnte sein, dass er zu breit ist Also, sie lernst mich wahrscheinlich so Oh mein Gott, der setzt ja jetzt schon auch Das Ding meiner nicht Ach ne, das geht nicht Kriegt ihr ja nicht mal quer rein Nur der Mini könnte das noch schaffen Hehehehe Sieht geil aus Sieht geil aus Boah Darauf können wir eigentlich was machen Was können wir? Ich versuche Ich versuche Geht das nicht Ich versuche Ich versuche Aber noch die Anzugschuhe an Hehehe Ja Obwohl nur, weil ich kein Hipster bin Warte, 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 warte Warte, warte Ach, geh weg Scheiß Menü Hehehehe Hehehe Hehehe Pewuuu Feuerwerk USA 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 Pewuu Oh, Alter Da vergeht meine auch irgendwann kaputt, oder? Oh, oh, das brennt Klar, ist auch ein Feuerwerk Hehehe Okay. Oh no, ich habe aufgesetzt. Und jetzt? Jetzt kann man erklären, dass der 4. Juli vorbei ist, also der Independence Day in Amerika und dass sie hier wieder ein Update rausgebracht haben. Ganz den USA gewidmet. Und das heißt, wie gerade schon gesehen, Feuerwerk, Raketenwerfer, noch irgendwie eine andere Waffe, ein Musket oder wie das heißt. Keine Ahnung. Und, ja, Klamotten. Und halt einen Monster Truck. Hammergeil. Dann können wir mal wieder eine Runde shoppen gehen. Willst du fahren, oder? Kann ich da bei dir einsteigen? Ich fahre ich auch schon. Kann ich bei dir einsteigen, so. Kennst du das? Darf ich? Wiener. Ja, fuck. Ah, mein Bein. Ich habe gerade den NMR gemacht. Das auch, obwohl ich nicht meine Tür habe. Okay, ich muss jetzt den Punkt. Aber hier? Ich muss es mir nicht bemerken, dem Häuschen. Punkt zu Beuys. What do more fuckers? Kann ich nicht wegschieben. Oh, da will ich die Abkürzung. Krasser Shit. Kann nicht mal das umraten. Ich habe auch neue Masken, ich glaube. Eine, die aus, wie halt ein Igel, der amerikanische. Nadler. Und Jackets. Hier. Oh, america. Fuck yeah. Und das hier. T-Shirts. American Flag T-Shirt. Okay. Oh, ich kann nicht mehr alle mal kaufen hier. Und die werden Mitte Juli oder was. Hier geht das Ganze vorbei. Kann man das nicht mehr kaufen. North America. Made in USA. Made in USA. 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 Oh, mein Gott, den Ball. USA-T-Shirts. Kann man denn? Jetzt war weiter oben. Dort vor lange. Jetzt bin ich so ein halbfertiger. What the fuck? It's boring. Der Laden hat eh gerade zugemacht. Du musst den anhalten. Ja, warum nur? Ich weiß nicht warum. Oh, ne. Vielleicht haben wir da schon wieder so so ein Smart irgendwo drinstehen. Gibt's noch? Kann mein Feuerwerk nicht platzieren. Mega dumm. Wir fahren mal da bitte zu dem Amunation. Kann ich mir auch einen Ding hinzuholen. You could do it if you really want. Oh no. 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 Ich hab' den voll umgeräumt. Toll. Warum haben die die Waffen jetzt eigentlich hingepackt? Echt's? Oh, was ist das? Oh. Kleines Flammenwerfer. Rote Fontäne. Ja. Das wollte ich dir zeigen. Hey. Das sieht ja geil aus. Vielleicht hole ich den anderen Kram auch noch. Gold. Because why not. Du kannst du C nehmen. Aber oben steht wie viel du hast. Dombich. Okay. Okay. Ne 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 ne. Wie geht man dir denn aus? über das Inventar Inventar Und dann Fireworks Shortburst Okay Oh Wow Wurde ich den irgendwie Wurde ich den schon aktiviert Wurde ich schon mal abrennen klicken Ach im Inventar Ah So Play Wui Mega geil Wui Wui Feuerwerk Hammer geil Das ist überhaupt nicht teuer Das Feuerwerk Aber okay Strand lass das am Strand machen Das sieht man besser Und dann weiter weg gehen kann Plop Lass mal eben beim Maskenladen noch vorbeifahren Wir sind hier am Strand Der ist nämlich Da Kann man eben gucken Die haben nämlich Einerseits So eine extra Playlist gemacht Aber also noch Capture und so Was Bin ich gerade aus Versehen reingegangen Ah Easy Vent Kacke Ja Scheiße Aber die haben halt auch Ähm Halt rennen Speziell für den Monster Truck auch gemacht Mal gucken ob ich die da irgendwie Kriegen kann Irgendwas mit Swarm Potter Ssss Ssss Da Ja 1 Können wir da ruhig gleich fahren Sogar noch da drin Amerika Fuck yeah Das ist ja in Amerika immer Übel das Fest Weiß ich Ja Keine Ahnung Find ich ein bisschen unsinnig Weil du kein Patriot bist Ne Also Ne Irgendwie nicht Nicht mehr zur WM Zeig deine Fahne Ne Ich hoffe ich weiß die nicht Oh das schaffst du mich Oh da gibt es sogar Bären Kaufen Kaufen Hast du schon die neue Waffe gezeigt? Die Muskete da oder was? Oh Noch nicht Toll so mein Wolf Und Da sind die Masken teuer Nein nicht Peek No 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 Yeah Warte Bleib mal da stehen Okay Au Ja das war die Muskete Echt? Von dieser Distanz aus Gibt sie bei Wo ist sie denn? Bei Sniper Rifles oder wo? Nein Bei Schrotlinden Das ist ne Schrot What? Da ist ein Shotgun Die ist aber voll überpowered alter Alter Vater ey Was für ne Distanz So man da treffen kann War das getroffen? Ja Ich hab Ich hab noch so'n Sniper Warte ich zeig dir das mal Kannst du das sehen Wo bist du? Hier Oh Was ist das? Ja hier warte Alter Jetzt bin ich fast tot Ich bin praktisch tot Klinisch tot Auf dieser Distanz The fuck Ich bin mega überpowered Warte siehst du das wenn du in den Himmel guckst? Ja Wie Alter Mega geil Oh 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 Hey Wui Alter Oh Gott Der war gut getroffen Ich bin voll reingerannt Hey War aber auch schon echt Durch die Muskelte tot Zwei soll man nicht mit Feuerwerk spielen Ja, merkt euch, Kinder. Oh no. Dann einen töten. Nein, lass mal, Junge. Was denn? Ach, jetzt Feuerwerk. Ein ganz großes. Da, Feuerwerk. Da, Feuerwerk. Nein, Lester, nicht jetzt. Das sieht geil aus. Ich glaube, eins habe ich jetzt verpennt, dass es mir gleich irgendwann auch losgeht. Wee! Oder? Nö, ist glaube ich schon weg. Oh, du, wenn du direkt triffst, anders töten die dich nicht. Aber ich hast du gerade auch noch getroffen. Ja, insyn. Wenn du direkt triffst, wenn du vorher auf dem Boden, dann macht das überhaupt gar nichts. Ja. So, du kannst mich jetzt locker treffen. Ja, wenn ich dich sehe, Momo. Kaufe mir nämlich jetzt den Monster-Truck. Kaufe mir nämlich jetzt den Monster-Truck. Mhm, mhm, mhm. Wie ist denn? Irgendwo auf dem Feld hier. Und da gibt es auch noch ein Motorrad, oder nicht? Ein Sitzer, ja. Oh, das ist ja öde. Da geht der Igel, da. Hey, hey. Ich höre nur Winterkotzen, ist Feuerwerk da. Hui. Hey, hey. Das ist echt, finde ich mega geil, dass man das dann auch länger behält. Wenn man das dann auch auf PS4 hat, hat man direkt so ein... Feuerwerk-Launcher. Hat nur fast keine Schuss mehr dafür. Ja, ich bin leer. Boi. Aber die haben jetzt keine speziellen Torns und sowas mit hinzugefügt, oder? So Amerika-Fuck-Ear-Sachen. Also, Grüßungen oder sowas. Grüßungen. Was weiß ich. Getschen-DJ. Er ist wie äh... Bird Rock. Yeah. Nee, sieht nicht so aus. Guck mal eben. Wieso ist die Muskete denn eine Shotgun, alter, krasser Schild. Da. Weil du sie selber nachladen musst und ich vollautomatisch ist oder so? Dumme Junge. Du hast mich. Du hast mich. Ah. Das hurt. Das really hurt. Das. Das war's. Das war's. 02 hat. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, 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 ja.